Sinneserfahrungen als Helfer des Erwachens von Tilman Lündrup Geführte Meditation Öffnen der Sinne Wir beginnen mit einer Meditation, in der wir nacheinander die verschiedenen Sinneserfahrungen einbeziehen. Die buddhistische Lehre spricht von sechs Sinnen, das sind die fünf äußeren Sinne und die geistige Wahrnehmung, das Wahrnehmen der geistigen Prozesse. Natürlich mündet letzten Endes alles in die geistige Wahrnehmung. Wir beginnen mit dem Körpersinn, also mit der körperlichen Erfahrung. Ich möchte alle einladen, auch diejenigen, die schon lange mit offenen Augen meditieren, nun die Augen zu schließen und den Körper zu spüren. Wir spüren die Vielfalt verschiedener Erfahrungen. Gefühle von Druck im Kontakt mit dem Kissen Berührung in den Unterschenkeln Empfindungen, wo die Füße aufliegen Empfindungen, die von der Sitzfläche hervorgerufen werden. Wir spüren den aufrechten Teil des Körpers in seiner Beweglichkeit. Die Erfahrungen im Bauchraum Brustraum Kopf Nacken und Hals Die Erfahrungen an der Oberfläche des Körpers Wie die Berührung der Kleidung Und vielleicht einen Luftzug Und die Erfahrungen im Inneren des Körpers Da ist vielleicht ein Pulsieren Ein Vibrieren Das Ein- und Ausstreichen Des Atems Und so vieles mehr Wir richten die Aufmerksamkeit ganz auf die Körperempfindungen Dabei sind wir insbesondere des steten Wandels gewahr Dieses Stromes wechselnder Erfahrungen im Körper Von den Fußsohlen Bis zum Scheitel Gehen wir durch den gesamten Körper Zum Abschluss dieser Phase Wenden wir uns stärker dem Atem zu Wir spüren ihn im Bauchraum Brustraum Und im Nasenbereich Vielleicht auch im Rachen Und vielleicht auch in anderen Gegenden des Körpers Die ebenfalls von der Atembewegung beeinflusst werden Immer noch mit geschlossenen Augen Wenden wir uns nun ganz dem Hören zu Wie fühlt es sich an zu hören? Hören Ohne zu ergreifen Nur den Strom der verschiedenen Klangempfindungen wahrnehmen Zwischendurch nehmen wir immer wieder auch den Atem wahr So verbinden wir das Wahrnehmen der Hörempfindungen Und das Wahrnehmen der Atemempfindungen miteinander Auch wenn sie nicht wirklich zeitgleich wahrgenommen werden Werden sie zu einem Erleben integriert Hörend atmen wir ein Und hörend atmen wir aus Dann öffnen wir die Augen ein wenig Und wenden uns den visuellen Wahrnehmungen zu Sehen Ohne etwas anzuschauen Ohne zu ergreifen Dann Dann Verbinden wir alle drei miteinander Sehen Hören Den Körper spüren Alles zugleich Und sind dabei voll gewahr Nun öffnen wir die Augen etwas weiter Für ein größeres visuelles Feld Wir sehen ohne zu benennen Dabei spüren wir gleichzeitig den Körper Fühlen den Atem Und hören gelegentlich auch etwas Auch diejenigen, die schon lange mit geschlossenen Augen meditieren Bitte ich zuzulassen Dass sich die Augen allmählich immer weiter öffnen Schauen Hören Spüren Spüren Jetzt nehmen wir noch das Riechen hinzu Und nun beziehen wir auch das Schmecken mit ein Und wieder kehren wir zum Wahrnehmen der Atemempfindungen zurück Immer wenn nichts anderes unsere Aufmerksamkeit beansprucht Können wir zum erleben des Atmens zurückkehren Die fünf äußeren Sinnes Tore sind nun weit geöffnet In einem völlig integrierten Erleben Und unsere Aufmerksamkeit richtet sich auf die geistigen Bewegungen Denken, Benennen, das Auftauchen von Bildern Erinnerungen, was es auch sein mag Wir nehmen die geistigen Bewegungen genauso unvoreingenommen wahr Zwischendurch gehen wir immer wieder zu den Erfahrungen im Körper zurück Wir bemerken Momente, in denen wir an einer Wahrnehmung festhalten Und ein Stocken in uns fühlbar wird Ein Haften Mehr als dies zu bemerken ist nicht nötig Das frischige Wahrsein führt zurück ins fließende Erleben Der Geist ist so weit wie der Himmel Und zugleich ist unsere Wahrnehmung äußerst präzise Wir bemerken, wie diese wechselnden Erfahrungen entstehen und vergehen wie Wellen im Ozean Der Geist und seine Bewegungen sind von gleicher Natur Nicht fassbares, gewahres Sein Alle Sinne sind offen Alles darf sein Alles darf erscheinen In dieser Grundhaltung meditieren wir ohne etwas zu verdrängen Alle Erfahrungen werden wahrgenommen Nicht nur ihre Formen und Inhalte Sondern auch ihr unbeständiges, veränderliches, nicht substanzhaftes Wesen Nein, 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 danke Untertitelung des ZDF, 2020 Die nicht fassbare Natur der Erfahrungen erleben Wenn ein aktives Sinnesbewusstsein, ein intaktes Sinnesorgan und ein Sinnesobjekt zusammenwirken, entsteht eine Sinneswahrnehmung. Das Zusammentreffen dieser drei Faktoren wird im Abhidharma, oft auch als buddhistische Psychologie übersetzt, Kontakt genannt. Kontakt bewirkt Sinneserfahrung, Erleben. Das Leben ist eine unaufhörliche Folge solcher Sinneskontakte. Meditation hilft, diese Erfahrungen bewusst zu erleben. Dabei gibt es grob gesagt zwei Fehlhaltungen, die Fred bereits erwähnt hat. Zum einen zu sehr den Objekten hinterherzulaufen, das heißt die Erfahrungen rein faktisch wahrzunehmen, oder aber sich in einen weiten, unpräzisen Geistesraum zu begeben, wo die Erfahrungen vage werden und verschwinden. Eigentlich geht es darum, das jeweilige Erleben genau zu erfahren und dabei im Fluss zu bleiben. Das heißt, die Erfahrungen fließen zu lassen, indem wir den Blick auf die Natur des Geschehens richten und entspannt die prozesshafte Natur des Erlebens wahrnehmen. Dies verringert den Einfluss der emotionalen und kognitiven Filter auf unsere Wahrnehmung, wozu all unsere Vorstellungen, Gefühle, Einschätzungen, Bewertungen und Annahmen über die Wirklichkeit gehören. Um gewahrt zu sein, braucht es Weite und Präzision. Wenn es an Weitem mangelt, kommt es zum Haften an Details. Wenn es an Präzision mangelt, kommt es zu einem vagen Erleben, wo wir nicht mehr in Kontakt mit den Lebenserfahrungen sind. Im Mahamudra geht es um das Erfahren der untrennbaren Einheit von klarem Erscheinen und gleichzeitiger Unfassbarkeit. Nangtong auf Tibetisch. Das Erleben der nicht fassbaren, leeren Natur einer jeden Erfahrung, um sich dadurch aus dem Fixieren zu befreien. So ist zum Beispiel ein Klang, wie ein Händeklatschen, nicht wirklich fassbar. Hört einmal hin. Wir können innerlich einen Nachklang produzieren, indem wir den Klang innerlich wiederholen. So als würden wir noch einmal das Klatschen der Hände hören. Versucht einmal das Klatschen innerlich zu wiederholen. Die Erinnerung an den Klang ist aber nicht mehr der Klang selbst. So geht es uns mit allen Erfahrungen, ob im Körper, ob Geschmack, Geruch, emotionale Erfahrungen, was auch immer. Das, was uns in unserem Erleben so stabil erscheint, sind die mentalen Abbilder oder Nachbilder dessen, was wir erlebt haben. Die Erfahrung selbst ist nicht greifbar, nicht fassbar. Sie hat in Wirklichkeit keine Dauer. Wenn wir im Fluss des Erlebens aufgehen, befassen wir uns nicht mehr mit den Nachbildern der Erfahrungen. Das ist ein großer Quell der Frische. Im völlig gewahren Sein erleben wir die einzelne Erfahrung in aller Deutlichkeit und sind zugleich gewahr, dass sie unfassbar ist. Sie ist, wie sie ist. Einfach so. Völliges Gewahrsein ohne jede Komplikation. Mahamudra-Praxis ist das Aufgehen des Geistes im Erkennen dieser Einheit von Erscheinungen und ihrer Unfassbarkeit. Schleier und Filter auflösen Fixierungen unterbrechen den Strom fließenden Erlebens. Emotionale Reaktionen wie Ich mag das, mag ich nicht oder ist mir egal, trüben das Gewahrsein. Das sind die drei emotionalen Hauptfilter unseres Erlebens. Haben wollen oder anhaften Und nicht haben wollen oder ablehnen Sowie aus dem Gewahrsein aussteigen Mangelndes Gewahrsein Daraus ergeben sich unzählige Formen von emotionalen Fixierungen, Filtern und Schleiern. Zugleich gibt es kognitive Schleier, die sich über das Gewahrsein legen. Sie bestehen aus Vorstellungen über die Wirklichkeit, die ständig, ohne dass wir es merken, unser Wahrnehmen beeinflussen. Die beiden wichtigsten Gewahrseinsschleier sind unsere unzulänglich überprüften Annahmen über die Existenz und Nicht-Existenz von dem, was wir erfahren, den sogenannten Objekten, und desjenigen, der etwas erfährt, dem Subjekt. Wir schauen zum Beispiel aus dem Fenster hinaus und haben, ohne dass uns das bewusst ist, das Gefühl, ich sehe Berge. Die Annahme eines Ichs, eines vermeintlichen Zentrums der Wahrnehmung, ist ein solcher Gewahrseinsschleier oder kognitiver Schleier. Wenn ich dann noch die Berge benenne als Eiger, Mönch und Jungfrau, mit der Überzeugung, genau diese Berge schon in meiner Kindheit gesehen zu haben, dann bin ich im Haften an einer vermeintlich konkreten, unabhängigen Existenz des Außenwahrnehmbaren. Ich vergesse dabei, a. dass sich das benannte Objekt, das heißt die Berge, ständig wandelt, und b. dass sich das benennende Subjekt, das Ich, ebenfalls ständig wandelt. Beide wandern sich und haben weder im vermeintlichen Außen noch im Erleben eine bleibende Existenz. Sie sind nicht für einen Augenblick fassbar, sie sind Prozess. Auf die gleiche Weise sind wir überzeugt, Ich sehe diesen Baum. Wir gehen fest davon aus, dass beide als solche existieren. Dabei sind wir uns nicht ausreichend der prozesshaften Natur bewusst von dem, was als Baum und als Ich bezeichnet wird. Durch wiederholtes, genaues Hinschauen lösen sich diese kognitiven Schleier auf. Dann werden das vermeintliche Ich, die Person, wie auch das vermeintlich Außenexistierende, die Phänomene, als Prozess wahrgenommen. Nichts von dem, was eine Person ausmacht und nichts von dem, was außen ist, hat irgendeine Form von stabiler Existenz. Wir lösen diese Filter auf, indem wir uns auf das unmittelbare Erleben einlassen. Wir ersetzen sie also nicht durch neue Anschauungen, sondern durch eine unmittelbare Erfahrung dessen, was einfach ist. Die letztlich nicht beschreibbare Wirklichkeit, die Natur des Seins. Basis, Weg und Frucht im Mahamudra von Tilman Lündrup Die Mahamudra-Tradition beschreibt den Prozess des Erwachens im Hinblick auf Basis, Weg und Frucht als Basis-Mahamudra, Weg-Mahamudra und Frucht-Mahamudra. Die Basis, dank derer wir das Erwachen verwirklichen können, ist die Natur des Geistes selbst. Jedem von uns wohnt diese Basis inne, denn jeder von uns hat einen Geist. Wir können den Geist zwar nicht auffinden, als wäre er ein Ding, aber er bewirkt zum Beispiel, dass wir einander hören oder ein Buch lesen. Die Natur dieses Geistes wird auch Buddha-Natur genannt. Sie ist das Potenzial zu erwachen, das einem jeden Lebewesen inne wohnt oder anders ausgedrückt, die Möglichkeit, frei von Filtern umfassend gewahrt zu sein. Dass dies tatsächlich möglich ist, ist eine Erfahrung vieler Menschen, die über den Weg von der Basis zur Frucht gelangt sind. Die Basis ist also unsere potenziell erwachte Geistesnatur. Der Weg ist das Auflösen aller Schleier, die das Zutagetreten dieser Basis, der eigentlichen Natur unseres Geistes verhindern. Die Frucht des Weges ist dann die völlig enthüllte Basis. Die Natur des Geistes manifestiert sich unverschleiert. Die tibetische Tradition benutzt als Beispiel für die Basis einen Juwel, der von Erde bedeckt ist. Der Weg besteht im Entfernen all dessen, was den Juwel verhüllt. Buddhaschaft, die Frucht, ist dann das völlig klare Erstrahlen des Juwels mit all seinen Qualitäten. Das heißt, wir gehen nicht von A nach B, sondern wir gehen immer tiefer in A hinein. Wir befreien A von all dem, was es verschleiert. Im Zen gibt es eine bekannte Aussage. Wenn du den Buddha triffst, erschlage ihn. Dieser Satz meint, wenn du glaubst, du treffest den Buddha außerhalb von dir, dann kann es sich nur um eine Täuschung handeln, die du sofort auflösen musst, denn der Buddha ist in dir. Wir gehen also in der Praxis keinen Weg, der woanders hinführt, sondern lösen die Schleier auf, die unsere grundlegende Natur verdecken. Von daher heißt es, Basis, Weg und Frucht sind untrennbar. Sie sind eins. Die Frucht ist nichts anderes als das, was immer schon angelegt war. Nur so erklärt sich, dass es auf dem Weg des Erwachens nichts zu erzeugen gibt. Die Qualitäten des Erwachens brauchen nicht erzeugt zu werden. Sie kommen zum Vorschein in dem Maße, wie wir die Schleier auflösen, welche die Grundnatur des Geistes verhüllen. Das können wir aus der Erfahrung nachvollziehen. Sobald sich der Geist entspannt, wird er freudiger. Wenn er nicht mehr auf ein vermeintliches Ich bezogen ist, wird Großzügigkeit selbstverständlich. Wenn sich die Schleier des Ich-Will- und Ich-Will-Nicht auflösen, zeigt sich Liebe ganz von selbst. Einfach ausgedrückt, wo immer sich das Haften an der irrigen Vorstellung eines Ichs auflöst, kommen die innerwohnenden Qualitäten zum Vorschein. Liebe, Mitgefühl, Freigebigkeit, Geduld, Ausdauer, heilsames Verhalten und so weiter. Sämtliche Qualitäten zeigen sich im gelösten Sein. Alle Herzensqualitäten kommen tatsächlich von selbst zum Vorschein, wenn die Schleier Lichter werden. Dieses tiefe Verständnis liegt aller Dharma-Praxis zugrunde. Es trägt und beseelt die Mahamudra-Praxis und alle Dharma-Traditionen. Soweit ich weiß, sprechen alle Meister vom Erwachen als etwas Nicht-Bedingtem. Das Erwachen wird nicht durch Ursachen und Bedingungen und Bedingungen erzeugt. Deshalb löst es sich auch nicht auf, wenn sich die Bedingungen ändern. Tanz ohne Tänzerin von Fred von Almen Unbeständigkeit erfahren Mit einer interessierten, sorgfältigen Achtsamkeit lasst euch bitte nieder im Kontakt mit den Körperempfindungen. Wer das möchte, kann auch Kontakt mit den Körperempfindungen aufnehmen, die durch die Atembewegungen entstehen. Dieses Körpergewahrsein kann als Ausgangspunkt und Anker gesehen werden. Je kontinuierlicher und näher wir bei diesen Moment-zu-Moment-Erfahrungen präsent sind, desto detaillierter werden die einzelnen Empfindungen spürbar, wodurch ihre Unbeständigkeit, der andauernde Wandel direkt erfahren wird. Auch wird sichtbar, dass es sich beim Körper nicht um einen soliden Erfahrungsblock handelt, sondern um prozesshaft sich verändernde Moment-zu-Moment-Empfindungen, die ständig entstehen und vergehen. Beim Hören von Geräuschen, Klang, Lärm oder Stimmen wird klar, dass die Erfahrung des Hörens in einem bestimmten Moment beginnt, für eine Weile dauert und dann wieder verklingt. Dass dabei eine sich schnell wandelnde Serie von Klangschwingungen wahrgenommen wird. Auch die verschiedenen energetischen, funktionalen und emotionalen Geistes- und Herzenszustände werden als vergänglich erfahren. Sie erscheinen, verändern sich und verschwinden wieder, ganz von selbst. Sie leuchten auf und werden spürbar, um dann nahtlos von der nächsten Erfahrung abgelöst zu werden. So wie die Wolken, Regen, Sturm und Sonnenschein oder wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ein dynamischer Tanz. Es wird zunehmend offensichtlich, wie unbeständig alle Erfahrungen sind. Auch Gedanken, Bilder, Kommentare und Wertungen leuchten auf im Gewahrsein und verschwinden wieder. Prozesshaftigkeit und Unbeständigkeit offenbaren sich, wo immer die Aufmerksamkeit weilt. Den ständigen Wandel unmittelbar zu erfahren, bewirkt, dass wir unseren Griff lockern und unser Anhaften aufgeben. Dadurch wird unmittelbar die bedeutsame Erkenntnis erfahren, dass durch das Ergreifen und Festhalten von Unbeständigen, sich ständig Wandelnden innerlich Konflikt und Leid entsteht. Was unbeständig ist, ist auch unzulänglich. Das heißt, es hat nicht die Macht, uns wirklich zu erfüllen. Momente der Befriedigung sind möglich, aber sie sind niebleibend. Was immer unsere Erfahrung sein mag, selbst wenn es großartige Meditationszustände sind, alles ist der gleichen Prozesshaftigkeit unterworfen. Wenn wir dies immer wieder direkt erfahren, lässt das Verlangen nach konditionierten, unbeständigen, nicht erfüllenden Erfahrungen nach. Das ist sehr befreiend. Der Buddha hat dies bestätigt. Im Dhammapada sagt er, Besser als 100 Jahre zu leben, ohne das rapide Entstehen und Vergehen zu sehen, ist es, einen Tag zu leben und es zu sehen. Wenn wir nun in der Sitzmeditation, beim Atem oder bei anderen Körperempfindungen länger und kontinuierlicher verweilen, entsteht Sammlung oder ruhevolles Verweilen. Sammata Manchmal wählen wir, länger bei einem Objekt, bei einer Art von Erfahrung zu bleiben. Das heißt, wir erhöhen die Schwelle der Sammlung und bleiben bei der einen Sache, selbst wenn andere Erfahrungen auftauchen. Da kann jeweils frei entschieden werden, was in der jeweiligen Situation hilfreich ist. Falls wir mit offenem, weitem Gewahrsein praktizieren, uns dabei aber ständig verlieren, dann ist es sinnvoller, wieder mehr Fokus herzustellen und eindeutiger bei einer einzigen Sache zu bleiben, bis wieder mehr Stabilität einkehrt. Dann sind wir wieder offener, präsent mit allen sechs Arten von Erfahrung, sobald sie auftauchen. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Empfinden, Denken und Fühlen. Vipassana Erkenntnis All dies ist aber noch nicht Vipassana. Erst wenn das Augenmerk auf die Unbeständigkeit und die Unzulänglichkeit gerichtet ist und diese Daseinsmerkmale direkt erfahren werden, spricht man von Vipassana. Vipassana heißt Erkenntnis, die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. In ihrer Natur, ihrem Wesen. Schamata, Sammlung und Vipassana, Erkenntnis, werden dieser Tradition simultan kultiviert, sobald ein gewisser Grad von Sammlung erreicht worden ist. Die typischen Erscheinungen von zunehmender Sammlung wie Entzücken, Glückseligkeit, Klarheit und Gleichmut manifestieren sich auch in den tieferen Stufen der Erkenntnismeditation. Sie sind Zeichen des Fortschritts, verwandeln sich aber in Hindernisse, wenn daran angehaftet wird. Immer mehr wird offensichtlich, und das ist nicht so schwer zu sehen, wenn wir unsere Sichtweise, unsere Perspektive ändern, dass alles, was unsere Erfahrung ausmacht, nicht von einer festen Entität erlebt wird. Es gibt da kein jemand, kein Ich, der meditiert, der sich in dieser Welt bewegt, dem dieses oder jenes zustößt. Vielmehr wird sichtbar, und das ist jetzt Anknüpfungspunkt an die Erklärungen von Tillmann, dass alles, was wir je über uns und unsere Welt wissen und wissen werden, dieser Prozess von Moment zu Moment Erfahrung ist. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Denken, Empfinden, Hören, Denken, Fühlen, Sehen, Denken, Empfinden, etc., etc., endlos. All dies erscheint und verschwindet im Geist, den Ursachen und Bedingungen entsprechend. Wenn sich die Bedingungen verändern, verändern sich die Erfahrungen. Und wieder andere Bedingungen verändern die Erfahrungen weiter. Kein Ich macht oder hat diese Erfahrung, sondern das Ganze ist ein Prozess bedingten Entstehens. Alles, auch das, was wahrnimmt und achtsam ist, ist Teil dieses Prozesses. Wenn dieser Prozess kontinuierlicher, mit nahtlosem Gewahrsein erfahren wird, fällt für Momente oder auch für länger die Illusion einer Subjekt-Objekt-Beziehung weg. Erleben ist ohne Bezugspunkt. Erfahrung wird erfahren, aber ohne jemand, ohne ein Zentrum, dem sie zustößt. Es ist keine andere Erfahrung, nur eine andere Art, in der sie erfahren wird, ohne das Gefühl von Ich. Diesen Prozess von Ursachen, Wirkungen und Bedingungen zu sehen, bedeutet, einen Aspekt von Anata, nicht selbst, zu verstehen. Dabei sind das prozesshafte bedingte Entstehen einerseits und die Leerheit von Selbst, andererseits, einfach die beiden Seiten der gleichen Münze und nicht zweigetrennt existierende Dinge. Leerheit von Selbst ist eine Eigenschaft dieses Prozesses des bedingten Entstehens. Ich mag eigentlich das Wort Leerheit nicht sehr, auch wenn es als buddhistisches Konzept gut tönt. Es meint immer Leer von oder auch frei von, weil es eine Eigenschaft ist und kein Ding. Ohne Selbst zu Sein ist also eine Eigenschaft dieses Prozesses bedingten Entstehens, den wir Dasein oder Mein Leben nennen. Dies im eigenen Erleben zu sehen, ist die Erkenntnis vom Nicht-Selbst der Person. Wir sind dieser dynamische Tanz, aber es ist ein Tanz ohne einen Tänzer. Wenn alle Erfahrungen sich phänomenal schnell ändern und auflösen, dass die Wahrnehmung nichts erfassen und festhalten kann, fällt alles ergreifend weg und das Nichtbedingte wird erkannt. Es sind Momente großer innerer Freiheit. Diese Erfahrung befreit von bestimmten Täuschungen und löst Zweifel über das eigentliche Wesen oder die Natur des Daseins definitiv auf. Dort beginnt rechte Erkenntnis oder rechte Sichtweise der eigentliche Pfad. Um aber alle täuschenden und quälenden Zustände wie Verblendung, Begierde und Ablehnung in all ihren Spielarten definitiv aufzulösen, braucht es noch einiges mehr. Wesentlich für uns ist ein kontinuierliches, möglichst nahtloses, achtsames Gewahrsein, welches das Wesen oder die Natur von Erfahrungen spürbar macht und so unsere tief verwurzelte Tendenz des Ergreifens und Festhaltens schwächt. Auf diese Art entsteht für uns zunehmend innere Geräumigkeit und Freiheit. Bringt eure Achtsamkeit zur Erfahrung des Hörens. Die Glocke markiert das Ende der Sitzmeditationsperiode, aber nicht das Ende der Meditation. In den Übergangsperioden und in der Gehmeditation eine kontinuierliche Achtsamkeit aufrechtzuerhalten, bringt bedeutend mehr, als sich abwechslungsweise außerordentlich stark zu bemühen und dann als Ausgleich wieder eine Pause einzulegen. Wenn wir germanisch Geprägte das Wort ernsthaft hören, denken wir leicht an grimmig oder Schwerarbeit. Wir glauben, kontinuierliche Achtsamkeit müsse Schwerarbeit sein, damit sie ernsthaft und wertvoll sei. Umgekehrt hören wir beim Wort unbeschwert sogleich Pause. Dabei ist es absolut möglich, zugleich ernsthaft und unbeschwert zu sein. Wenn wir Gewahrsein, Präsentsein, Achtsamkeit mit unbeschwert assoziieren statt mit Schwerarbeit, dann wird unser Geist mehr daran interessiert sein zu praktizieren. Es ist spannend, dies zu beobachten und damit zu experimentieren. Vielleicht könnte der Ort, an dem wir zur Ruhe kommen und entspannen, im Gewahrsein selbst sein. Was der Geist nämlich alles tut und tun muss, wenn er nicht achtsam und gewahr ist, kann sehr anstrengend sein. Danke, es ist nun Zeit für Gehmeditation. Sichtweise und Motivation im Mahmudra von Tilman Lündrup Die erwachte Grundnatur freilegen Heute Mittag haben wir kurz Basis, Weg und Frucht besprochen. Dabei benutzte ich einen versteckten Juwel als Beispiel für unsere erwachte Grundnatur. Es könnte auch ein eingepackter Blumenstrauß sein. Jeder würde zustimmen, dass der Blumenstrauß bereits da ist, auch wenn er noch nicht ausgepackt ist. Genauso ist die Basis des Erwachens bereits in uns vorhanden. Wir sind gut verpackte Erwachte. Mit Verpackung ist aber nicht dieser Körper gemeint, sondern die Verschleierung durch unsere Gewohnheitsmuster, Filter oder Schleier. Wir meinen vielleicht, es sei harte Arbeit, diese Schleier zu reinigen. Doch glücklicherweise haben sie keine Substanz. Emotionen, Gedanken, Vorstellungen, Sinneswahrnehmungen, sie alle sind substanzlos. Das ist sehr erleichternd, denn es bedeutet, dass wir nicht gegen die Schleier ankämpfen müssen. Es reicht, genauer hinzuschauen, wodurch sich unsere Art, Dinge wahrzunehmen, ändert. Der Buddha nannte das wahre Anschauung, das erste Glied des von ihm gelehrten achtfachen Pfades, der aus den acht Gliedern besteht, wahre Anschauung, wahre Gesinnung, wahre Rede, wahres Handeln, wahre Lebensführung, wahres Streben, wahre Achtsamkeit und wahre tiefe Meditation. Wahre Anschauung ist also das erste Glied dieses Pfades und für die Mahamudra Praxis braucht es die grundlegende Sicht, dass alles Geist oder Gewahrsein ist und dass dieser Geist nicht fassbar ist. Was ist Geist? Was ist Gewahrsein? Inwieweit ist alles Geist? Schauen wir uns das konkret an. Wenn wir die Pfeiler hier im Raum wahrnehmen, sind diese Pfeiler Geist? Denk nach. Gibt es überhaupt Materie außerhalb des Geistes? Wenn Materie zum Beispiel diese Pfeiler, diese Wände etwas anderes wäre als Geist, könnte der Geist sie dann wahrnehmen? Was sagt ihr dazu? Wie wir die Welt erfahren, ist Geist. Alles erleben ist Geist. Das gilt unabhängig davon, ob es außerhalb des Geistes Materie gibt oder nicht. Alles, was ich von diesem Pfeil und anderen Dingen weiß oder erlebe, ist eine Wahrnehmung meines Geistes. Ich kann die Außenwelt nur durch meine Sinne erfahren, durch berühren, sehen, hören, riechen und schmecken, gefolgt von Denken. Nur durch die Sinneserfahrungen wissen wir von der Welt. Was immer die Welt für uns darstellt, sie ist im Grunde Erfahrung. Hier auf dem Beatenberg haben wir eine grandiose Bergkulisse vor uns. Das Sehen dieser Berge ist lebendige Erfahrung. Sie sind nicht getrennt vom Beobachter. Sie sind nicht unabhängig vom Wahrnehmenden. Sie entstehen in Anführungszeichen im Wahrnehmen und können deshalb auch sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Dies zu verstehen bewirkt eine Wende in unserer Sicht der Welt und hat direkte Auswirkungen auf die Meditation. Die Aussagen Alle Phänomene sind Geist, alles Erleben ist Gewahrsein beziehen sich auf alle Objekte die wir wahrnehmen können, auf das Erleben der ganzen sogenannten materiellen Welt. Wo jedoch lässt sich dieses Gewahrsein finden? Es heißt hierzu, noch kein Buddha hat den Geist je gesehen. Niemand hat ihn je gefunden, niemand kann ihn vorzeigen. Und doch ist er die Basis von allem Erleben in ganzem Saranirvana. Das heißt von allen Erfahrungen der Verstrickung und des Erwachens. Was ist dieses Gewahrsein, über das wir so viel sprechen? Geist ist kein Ding. Geist ist Prozess. Gewahrsein ist Erleben. Da Erleben mit Bewusstsein einher geht, postulieren wir ein Bewusstsein, einen Geist, der die verschiedenen Erfahrungen erlebt. Einen Geist, der getrennt vom Erleben ist, lässt sich aber nicht finden. Er ist also kein Ding, das man zeigen könnte, sondern dieser nicht fassbare Prozess des Erlebens, der klar erfahren wird, aber weder räumlich noch zeitlich zu definieren ist. Wir können nicht einmal eine einzelne Erfahrung zeitlich definieren. Wann beginnt sie? Wie lange dauert sie? Wann hört sie auf? Was grenzt eine Erfahrung von der vorhergehenden und von der folgenden Erfahrung ab? Wo ist die zu finden, während sie stattfindet? Wo ist die Kontinuität der Erfahrungen zu finden, die wir Geist nennen? Wir haben hier nicht die Möglichkeit, dies in aller Gründlichkeit zu untersuchen, werden aber das Wesentliche klären, bevor wir tiefer in die Mahamudra Meditation einsteigen. Wo ist der Geist, der seit meiner Kindheit all diese Erfahrungen macht? Er ist nicht greifbar, in keiner Weise fassbar. Das Erleben, das vorhin war, ist schon längst nicht mehr und das gilt für jeden von uns. Ich bin nicht mehr der, der ich eben war. Das Gewahrsein, das den Moment gerade eben erlebt hat, finde ich nicht mehr. Jetzt ist ein frisches Gewahrsein da, immer wieder neu, in jedem Moment. Wo ist denn die Erfahrung des Abendessens geblieben? Es gibt davon nur noch Nachbilder, Erinnerungen. Diese Nachbilder sind nicht die ursprüngliche Erfahrung. Sie erinnern zwar an das, was gewesen ist, besitzen aber nicht die prickelnde Frische des tatsächlichen Erlebens. In der Mahmudra Sicht geht es um vier grundlegende zusammenhängende Erkenntnisse. Alle Phänomene sind Geist, Geist selbst ist nicht fassbar. Dieses Nicht Fassbare zeigt sich spontan in unaufhörlichem Erleben. Alles Erleben befreit sich unmittelbar von selbst. Wenn dieses Verständnis der Meditation zugrunde liegt, vergegenständlichen wir weder die Inhalte der Erfahrung, die sogenannten Objekte, noch den Erfahrenden Selbst, das sogenannte Subjekt. Im Vorfeld der Meditation findet so eine grundlegende Klärung der Sicht statt. Sie lässt uns erahnen, dass Subjekt wie Objekt nicht fassbar sind und dass es sich beim Geist um einen nicht fassbaren, sich selbst befreienden Prozess des Erlebens handelt. Dieses Verständnis bereitet den Boden, um ins mittelpunktlose Sein hineinzufinden. Studium Kontemplation und Meditation Die Praxis im Buddhas Lehre hat drei Aspekte Studieren, Kontemplieren und Meditieren. Diese bereiten den Boden für Erkenntnis. Was wir mit Studieren übersetzen hieß in den alten Sprachen Hören. Das Hören der Unterweisungen ist ein sorgfältiges Aufnehmen der Hinweise der Lehre so akkurat, dass wir sie fehlerfrei reproduzieren können. Durch korrektes Hören oder Studieren entsteht eine so gute Kenntnis der Unterweisungen, dass wir zumindest nicht im Irrtum darüber sind, was uns geraten wird und was die Unterweisung ist. Der zweite Punkt ist Kontemplieren oder tiefes Nachdenken. Dies beinhaltet das Anwenden des Gehörten auf uns selbst Wir fragen uns Was hat das mit mir zu tun, mit meiner Erfahrung, mit meinem Leben? Ich teste, soweit es geht, die Unterweisungen in der kontemplativen Anwendung an mir selbst, indem ich sie mit meinem persönlichen Erleben in Verbindung bringe. Nach dem Hören bzw. Studieren bewirkt das Kontemplieren eine weitergehende Transformation unserer Sicht des Lebens. Studieren und Kontemplieren führen bereits zu einem großen Wandel in Sicht und Verhalten, auch ohne Meditation. Beim Meditieren wenden wir das an, was wir durchs Hören und Kontemplieren verstanden haben. Studieren und Kontemplieren sind begriffliche Prozesse, die zum nicht begrifflichen Meditieren hinführen. So führt beispielsweise das Kontemplieren der Unbeständigkeit aller Phänomene ins gelöste Sein wahrer Meditation. Auch wenn wir viele Jahre in Zurückziehung meditieren, ist es notwendig, sich in der Lehre der Erwachten zu schulen. Meditieren allein reicht nicht aus. Bevor wir Monat um Monat, Jahr um Jahr meditieren, ist es wichtig, sich durch Studium und Kontemplation vorzubereiten. Neben dem Entwickeln der Motivation geht es dabei im Wesentlichen um das Entwickeln einer Sicht, die der Wirklichkeit möglichst nahe kommt. Wir hinterfragen dabei die Aussagen der Meister über das Sein, den Geist, die Wirklichkeit und testen, ob diese Aussagen logischer Überprüfung standhalten und aus eigener Erfahrung nachvollziehbar und vernünftig sind. Dabei schauen wir immer genauer hin, bis eine klare Sicht, eine klare Vorstellung von der Wirklichkeit, wie sie ist, entsteht. Mit diesem Verständnis setzen wir uns zur Meditation. Wenn wir dem Hören und Kontemplieren nicht den gebührenden Platz einräumen, dann halten wir beim Meditieren die ganze Zeit, ohne es zu merken, eine unzureichend überprüfte Interpretation der Wirklichkeit aufrecht. So können wir beispielsweise beim Meditieren auf den Atem innerlich an der Anschauung festhalten, ich meditiere auf den Atem. Dies gilt für alles Meditieren auf sogenannte Meditationsobjekte. Unbewusst und unüberprüft gehen wir davon aus, Subjekt und Objekt seien getrennt und diese irrige Annahme verfestigen wir beim Meditieren weiter. Ein etwas subtilerer Fehler könnte so aussehen. Jemand hat über Leerheit gehört und meditiert dann auf diese Leerheit. Er sagt sich, ich meditiere auf die Leerheit aller Phänomene, bis er überzeugt ist, die Leerheit gesehen zu haben. Doch leider hat er sich in eine irrige Annahme über die Wirklichkeit hinein manövriert, denn die Leerheit kann man nicht sehen oder über sie als Objekt meditieren. Das oft beschriebene Sehen der Leerheit ist nur das Wegfallen eines Irrtums. Ein richtiges zur Erkenntnis führendes Verständnis können wir uns schwerlich nur durch Meditation erarbeiten. Wir brauchen dazu Austausch, Studium und tiefes Bedenken des Gehörten und Gelesenen. Geistesruhe und Einsicht Dank fortgesetzter Meditation wird der Geist unabgelenkter, ruhiger und klarer und damit zu einem immer präziseren Instrument, mit dem wir diese Fragen erforschen können. Es ist, als würde uns ein immer besseres Mikroskop zum Untersuchen feiner Vorgänge zur Verfügung gestellt. Aber auch wenn der Geist ruhig und klar wird, hören wir nicht auf zu studieren, zu kontemplieren und zu forschen, sondern nutzen jedes bisschen zusätzliche Klarheit, um genauer hinzuschauen. Buddhistische Meditation ist immer Weisheitsmeditation. Es geht nicht nur um Geistesruhe, sondern darum, dass wir uns befreien. Befreiung geschieht durch einen Prozess des Verstehens, in dem irrige Annahmen über die Wirklichkeit losgelassen werden und sich das zeigt, was vorher nicht gesehen wurde. Dabei gibt es keine Trennung zwischen Geistesruhe und Einsichtsmeditation. Buddha Shakyamuni beschreibt in wichtigen Lehrreden zum Kultivieren von Gewahrsein, wie zum Beispiel im Satipatana und Anapanasati Sutta, einen Prozess, wo zunächst das Beruhigen des Geistes betont wird und der ruhige Geist dann allmählich ins forschende Schauen gelenkt wird, um Einsicht zu entwickeln. In diesem Prozess erleben wir gleitende Übergänge zwischen Ruhe und Einsicht. Bereits die erste der vier Übungen in Achtsamkeit, wo die Körperwahrnehmung im Mittelpunkt steht, ist eine Gewahrseinsübung, die auch dem Entwickeln von Einsicht dient. Dies gilt umso mehr für die Meditation auf Empfindungen, auch geistige Gestaltung genannt, Meditation auf den Geist an sich und auf die Damas, die Gesetzmäßigkeiten. Sie alle dienen dem Entwickeln von Einsicht. Spätere Kommentatoren haben dann zunehmend die Geistesruhe von der Einsichtsmeditation abgegrenzt, was vielleicht didaktische Vorteile hat. Doch immer wieder gab es Meister, die gegen solch eine Abgrenzung protestiert haben, in allen Traditionen. Ich komme aus der Kajui-Linie des tibetischen Buddhismus, in der die Einheit von Geistesruhe und intuitive Einsicht betont wird. Wenn mein Lehrer Gennin Rinpoche Meditation erklärte, wussten wir als Zuhörende oft nicht, ob er nun über Geistesruhe oder über Einsichtsmeditation sprach, oder gar über Mahmudra. Alles verschmolz zu einer einzigen Unterweisung über das Entwickeln von Gewahrsein. Geistesruhe befähigt zur Einsicht und diese vertieft die Ruhe. So entdecken wir auch schon bei geringer Geistesruhe, dass Emotionen aufsteigen und von selbst vergehen, dass Gedanken kommen und gehen. Dadurch entsteht ein gewisser Grad von Einsicht, dass Emotionen und Gedanken keinen Bestand haben. Egal worauf wir den Geist lenken, interessiert offenes Hinschauen führt zu einem Wissen, wie die Dinge sind. Dieses interessierte Hinschauen sollte stets weiter stimuliert werden durch Forschendes Fragen. Der Motor ist unser Interesse, immer tiefer zu verstehen, was eigentlich Samsara, die Welt des Leidens ausmacht und was mit Freiheit gemeint ist, mit Nirvana. Was führt zum einen und was zum anderen? Der schnellste Weg Mahamudra Meditation bedeutet nicht, es sich gemütlich in der Geistesruhe einzurichten und dann denkfaul und forschungsmüde zu werden. Wir forschen weiter, bis unumstößliche Gewissheit entstanden ist, die selbst dann nicht ins Schwanken käme, wenn der eigene Lehrer das Gegenteil behauptet. Bis dahin üben wir tiefe Geistesruhe, die zu neuen Einsichten führt, die wir dann mit weiteren Forschungsfragen vertiefen. An dieser Arbeit kommt niemand vorbei, es gibt keine Abkürzungen. Der schnellste Weg ist, keine ruhige Kugel zu schieben und dabei immer zu wissen, welche Frage ich gerade erforsche und was das Wesentliche ist. Nehmt einen Moment, um zu überlegen. Weiß ich, mit welcher Frage ich meditiere? Bin ich mir bewusst, was ich in der Meditation klären möchte? Weiß ich, wie ich vorgehen muss, um mit Hilfe der Meditation diese Fragen zu klären? Es würde mich nicht überraschen, wenn das vielen nicht so ganz klar ist. Aber genau darum geht es. Ich muss nicht nur wissen, welche Fragen ich klären möchte, sondern auch, wie ich das angehen kann. Dafür müssen wir uns mit den Lehrenden austauschen und zudem die Unterweisung studieren, bis klar ist, wie wir unsere Fragen klären können. Wenn wenn man sich bei Experimenten im Biochemie Labor nicht an die Vorgaben hält und nach Belieben einen Milliliter mehr oder weniger nimmt, dann funktioniert nichts mehr. Es kommt auf höchste Genauigkeit an. So auch in der Meditation. Wenn wir wissen wollen, ob der Dharma funktioniert, müssen wir den Hinweisen möglichst genau folgen, damit unser Einsatz zum Erfolg führt. Das wäre die einzig mögliche Abkürzung des Weges. Den Boden sauber vorbereiten, sorgfältig studieren und zuhören, scharfsinnig kontemplieren, das Gehörte gezielt auf uns anwenden und stets nachfragen, wenn wir unsicher sind, sowie Hindernisse ausräumen, unser Verständnis klären und mit einer Sicht meditieren, die der Wirklichkeit nahe kommt. Ich möchte das so zusammenfassen. Die Abkürzung besteht darin, keine Zeit mit unklarem Vorgehen zu verschwenden. Zum Abschluss noch ein Zitat vom dritten Kamapa Rangjong Deutsche. Er war ein Halter der Dzogchen Linie und als solche auch einer der Lehre des berühmten Meisters Long Chen Pa sowie der wichtigste Halter der Mahamudra Linie zu seiner Zeit. Das Zitat stammt aus dem Mahamudra Gebet, genannt der Pfad des Strebens nach dem Mahamudra des wahren Sinnes. Und dort heißt es Zuschreibungen bezüglich der Basis beseitigt zu haben ist Gewissheit der Sicht. Diese unabgelenkt zu wahren ist der Schlüsselpunkt der Meditation. Uns geschickt in allen Situationen im Sinn der Meditation zu üben ist höchstes Handeln. Mögen wir Gewissheit in Sicht Meditation und Handeln besitzen. Der erste Satz Zuschreibungen bezüglich der Basis zu beseitigen bezieht sich auf die Basis welche die Buddha Natur die Natur des Geistes ist. Die Gewissheit der Sicht zu entwickeln bedeutet alle irrigen Annahmen bezüglich des Geistes alles was wir ihm zuschreiben und in ihn hineindeuten aufgelöst zu haben. Es geht darum unvoreingenommen zu sein in Bezug auf das Gewahrsein das wir untersuchen werden. Wenn die Sicht geklärt ist dann besteht die Meditation darin unabgelenkt in der Sicht zu ruhen also sein schauen erleben ohne vorgefasste Meinung. Das ist die Meditation. Sie ist gelebte Sichtweise gelebtes wahres Verständnis. Wir nähern uns der Meditation auf der Grundlage der größtmöglichen Klärung verkehrte Sichtweisen sodass diese uns nicht in der Meditation behindern und beeinflussen. Aus der Meditation gehen wir ins Handel in die Aktivität. Handel ist die Fortsetzung des meditativen Gewahrseins in allen Situationen und das eigentliche Ziel der Meditation. Der Mahamudra Praktizierende geht, sitzt, steht, liegt, spricht, schreibt, umarmt Menschen, hackt Holz, was auch immer. Das alles ist seine Meditation. Er übt sich darin bei allen Handlungen die Sicht zu wahren, die frei von vorgefassten Einstellungen und Standpunkten ist. Ich hoffe, mit der Illusion aufgeräumt zu haben, es gäbe eine Sechstages Abkürzung. Unsere meditative Arbeit müssen wir mit einem Höchstmaß an Geduld und Präzision machen. Den Forschergeist wachhalten und im guten Sinne des Wortes immer neugierig bleiben, immer mehr entdecken wollen über den Geist. Bis wir Buddhas sind, haben wir nicht ausgelernt und richten es uns nicht gemütlich ein. Mögen durch diese Verdienste alle Lebewesen die Allbewusstheit erlangen und frei werden von den Wellen von Geburt, Alter, Krankheit und Tod, die den Ozean des Daseins Kreislaufes auffüllen. Daseins 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 Untertitelung des ZDF, 2020